Privit, meine Damen und Herren und herzlich willkommen zu Kiew, mein persönlicher Reiseführer von Tanja Maljarchuk. Hallo, es handelt sich um einen kurzen Text dieser mittlerweile berühmten ukrainischen Autorin, ich sag nur der Blauwal der Erinnerung, die in Wien lebt und er stammt aus dem Sammelband Wodka für den Torwart, darin stehen ansonsten Fußballgeschichten von anderen ukrainischen AutorInnen, das Ganze wurde vor zehn Jahren zur Fußball-EM in Polen und der Ukraine zusammengestellt, aber Spoiler, in unserem Text kommt kein Fußball vor, stattdessen eine Begegnung mit Kiew und die schauen wir uns jetzt an. Ja, Dankeschön, Kiew und ich haben uns nach sieben Jahren getrennt, es war für beide Seiten besser, weil wir einfach nicht zusammenpassen, hier gibt es ansonsten nur so laute Leute, Kämpfer, Helden, Geldanbeter und ich bin halt still und das gibt es hier sonst nicht. Und was es hier sonst noch nicht gibt, sind Polizisten, die Englisch können. Good morning, I'm a policeman from Lviv. Ja, danke. Aber nicht falsch verstehen, es gibt vieles, was ganz tolles in Kiew. Okay, wie kommt man nach Kiew? Erstmal natürlich mit der Bahn, das ist eine Nachtaufnahme vom Hauptbahnhof, hier im Hintergrund zu sehen. Und alles außer Kiew ist Provinz. Von 1990 bis 2010 ist gefühlt die Hälfte des Landes nach Kiew gezogen, die andere Hälfte arbeitet in Europa oder damals in Russland oder im Bergwerk. Deshalb leben in Kiew quasi nur Provinzler. Ich kenne nur eine einzige Frau, die hier in Kiew geboren ist. Ja, aber ich trau mich nicht mehr aus dem Haus. Ansonsten noch wichtig am Bahnhof. Alle wollen dich betrügen. Stichwort Taxifahrer. Also das ist jetzt aber schon diskriminierend. Ja, ja. Außer dem Bahnhof gibt es noch den Flughafen. Mein Problem ist nur, ich hab Flugangst. Ich bin mal mit meinem Kollegen Andrey Kurkov geflogen. Du brauchst keine Angst zu haben. Ja, ich weiß, eine Antonov kann auch dann noch im Segelflug landen, wenn die Motoren ausfallen. Ja, theoretisch, aber die Piloten können das nicht. Mein Vater war nämlich Testpilot im Antonov-Werk und außer ihm sind alle seine Kollegen gestorben. Ich fahre jetzt nur noch auf dem Landweg. Das ist natürlich völlig irrational, weil ständig Unfälle in der Ukraine passieren. Kiew ist voll von Autos. Deshalb fährt man in Kiew Metro. Ist immer so ein kühler tiefen Wind. Und die Stationen sind teilweise irre tief. Die Station Arsenal hier zu sehen. 105 Meter. Angeblich Atombomben sicher und mit dem Parlament verbunden. Das schreibt sie wirklich in dieser Geschichte. Prophetische Worte. Wichtig in der Metro ist außerdem, dass die mechanischen Sperren einen schnappen, wenn man kein Ticket hat. Also schön vorsichtig. Man darf nicht barfuß laufen, betrunken sein, Eis essen, Weihnachtsbäume transportieren und auf dem Bahnsteig kein Motorrad fahren. Nur falls sie das vorhatten. Och Menno! Ja, tut mir echt leid. Aber ansonsten trifft man in der Metro wirklich die ganze Stadt arm und reich, jung und alt. Und von den Armen gibt es natürlich auch noch einige, die man nicht sieht. Also was sie hier gerade nicht sehen, ist die Fischerinsel. Da ist es hier vor zehn Jahren noch echt total verwahrlost. Keine Kohle. Was essen sie denn? Ja, Schweineköpfe sind günstig. Da kann man einen Monat Suppe draus kochen. Aber die Armut ist echt eher versteckt. Erstmal sieht man den wirtschaftlichen Aufschwung. Die neue Mittelklasse, ich nenne es das Büroplankton. Ja, Montag bis Freitag sitze ich hinterm Computer, aber dann ist Hey Fitnessstudio und Hey Nachtclub und Hey Koma bis zum Montag. Ich finde es ja vor allem krass, wie die Kiewer mit den Tausenden von herrenlosen Hunden auf den Straßen und in den Parks umgehen. Ja, wie umgehen? Das sind ja Schädlinge. Die muss man vergiften. Nee, mit dem Luftgewehr erschießen. Es gibt aber auch ein paar heimliche Tierfreunde. Kommt her, meine Freunde, ich füttere euch. Wuff. Andererseits aber eben auch das sogenannte Tierheim in Borodyanka, in dem die gefangenen Viecher extrem grausam umgebracht wurden, was sich nach einem Skandal ein bisschen gebessert hat. Aber die Hunderudel gibt es trotzdem sogar im Nobelfiertel. Ih, gehst du weg, böser Hund! Apropos Nobelfiertel, auf dem Baykovo-Friedhof liegen viele berühmte Persönlichkeiten, zum Beispiel Valery Lobanovski, die Fußballlegende. Also, Herr Sommer, gibt es hier sehr wohl einen Fußballbezug. Ja, super, danke. Oder die Schriftstellerin Lesja Ukrainka. Das ist für mich eine der wichtigsten Figuren der ukrainischen Literatur. Oh, das freut mich aber, Sie kennenzulernen. Da würde ich Sie doch einfach demnächst auch mal in den Kanal einladen. Ja, sehr gerne. Besonders spannend an den Friedhöfen ist auch die Tatsache, dass sich der Kapitalismus nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion hier als erstes richtig manifestiert hat. Die Friedhöfe waren nämlich fest in der Hand der Mafia. Ist halt ein todsicheres Geschäft. Und diese Mafiabosse, die waren schon echt original. Hier der Salocha hat zum Beispiel, hier hast du 200 Dollar, kauf deinen Kindern was Süßes. Und dann gab es brennende Leichenhallen bei Mafia-Auseinandersetzungen und ein Friedhofsdirektor wurde ermordet. Aua! Ja, es war echt krass, aber so ist der Kapitalismus, ne? Apropos Leichen. Ich habe sieben Jahre lang neben der psychiatrischen Klinik gelebt, die da ist, wo früher das Kirill-Kloster war, von dem jetzt nur noch diese Kirche hier steht. Und daneben ist Babi Djar, die Schlucht, in der hunderttausende Juden von den Nazis ermordet wurden und anschließend UkrainerInnen vom sowjetischen Geheimdienst. In der Sowjetzeit sollte das alles zugeschüttet werden. Deswegen ist das hier nur noch so eine ganz kleine Schlucht. Sie haben einen Damm gebaut, aber der brach 1961. Es gab eine Riesenflut, über 1000 Leute sterben und die alten Leichen wurden hochgespült. Irgendwie kommt die Vergangenheit halt doch immer wieder durch. Die Patienten aus der Psychiatrie gehen oft zum Gottesdienst in die Kirill-Kirche, deshalb steht da ein Schild, dass man die Wände nicht küssen darf. Das verstehe ich zwar nicht, aber es ist vielleicht typisch für Kiew. Küssen verboten. Ja, vielen Dank, Frau Maljatschuk. Soweit unsere kleine Guided-Tour durch das Kiew von vor zehn Jahren, als die Welt noch eine andere war. Ich finde diesen Text wunderbar und ich lege euch daheim an den Geräten dringend ans Herz, kauft das Buch, Wodka für den Tourwart und lest auch die anderen Texte über dieses Land, das unsere Solidarität dringend braucht. Und das, liebe Gemeinde, war Kiew, mein persönlicher Reiseführer von Tanja Maljatschuk. Nochmal vielen Dank. Ja, sehr gerne. Vielen Dank.